Ja, die hab ich ja bereits. Ähm, ich hab Hunger. Ja, ich auch, deswegen will ich ja was zusammen angeln. Ähm, ich geh kochen. LOL. Minecraft gestorben. Nein, es war doch noch so jung. S? Minecraft ist ein S. Achso, ich hab gedacht, Korga. So, Korga, wir haben jetzt ein schönes Ehebettchen. Leg dich schlafen. Äh, Dings. Ich bin eindeutig zu dumm zum Angeln. Manuel. Ja, ich hab auch noch ein Bettchen. Ja, genau, leg dich schlafen. Ja, aber ich bin auch fast totge- 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 tot. Ja, deswegen ist ja auch Dings im. Oh, Korga ist wieder da. Yay. Tu es. Yay. Das hätten wir geschafft. Und jetzt gibt's direkt ein, ein Aufstehfleisch. Sozusagen. Aufstehfleisch. Krieg ich auch eins? Eins wird da, und dann, und die zwei ist dann ich. So, toll, dankeschön. Nicht gerecht. Ich will auch eins. Liegt hinter dir, du Affe. Ich hab'n Fisch. Ach, du wirst dich haben, dann nehm' ich das. Ich hab' einen Fisch geangelt. Meine ganze Kohle da wegmachen. Das ist unser Zeug, nicht deins. Das ist ganz allein meins. Hör auf zu lügen. Man merkt direkt, wer hier Teamplayer ist und wer nicht. Hä, Teamplayer, ich bin alleine. Falls du's nicht gemerkt hast, wir sind in einem Multiplayer-Spiel. Ich glaub, das hat ihm noch niemand gesagt. Ohne Scheiße, du hast sogar den Server extra. Ach, jetzt sag ich ja keine Bots. Nein. Ja, war'n Spaß. Ruhe geht nicht auf, verdammt. Hey, so langsam beißen die Fische. Hab' ich zwar selber getrollt. Aber, was ist das? Ich hab' ein Problem nicht auf, was ich mir machen kann. Ich hab' gefröf' ein Problem nicht auf. Mäh. Naaaay. Top-comment. Wieso? Weißt du, du tust das Eisen-Erz rein, aber schmelzt es nicht. Warum? Richtig. Offiziell, oder? Dämlich kann man sein. Ich will so'n Ocelot haben. Wie viel Fisch brauch ich da durchschnittlich? Weiß ich doch nicht. Ich will so'n Ocelot haben. Soll'n wir uns da so'n riesiges Iglu draus bauen, weil der Berg sieht ziemlich lustig aus. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, der Berg sieht ziemlich lustig aus. Können wir gerne machen. Ich hab' in meinem Leben einen ausgehörten Berg gesehen als, äh, als Dings. Als Haus. Richtig, als Haus. Ja, und was denkst du, was ich grad' vorhabe, hier zu bauen? So, dann fangen wir einfach mal an, den Stein wegzuschlagen. Ja, macht mal, ich angel. Haupt-Team-Aufteilung. Ich würd' sagen, wir machen das auf der Höhe vom Wasser. Also von diesem kleinen Fluss da unten. Äh, äh, nicht Fluss, See. Okay, ich helf' euch, ist ja gut. Jetzt musst du nicht mehr. Oh. Niemand braucht meine Hilfe. Ich hab' grad' erstmal hier, äh, alles in die, in die Trum geschmissen, was ich so hatte. Nein. Das ist sehr gut. Scheiße, die Ocelots sind weitergezogen. Oh. Das, das tut mir leid für dich. Ich such' dir jetzt. Ich such' dir jetzt. Ich such' dir jetzt. Das eine fang' ich ein und das andere schlacht' ich ab. Ja. Ja. Ja, verdammt, ich bin in eine Höhle gefallen. Ja, verdammt, ich bin in eine Höhle gefallen. Ja, verdammt, wenn du jetzt Aufnahmen haste zu drücken. In Ernst? Ey, ich hab' so viele Trezers auf meinem Kanal rumgummeln, da kann ich den einfach als Playlist reinhauen. Ja, stimmt, wär' ein Plan. Wär' ne Idee, ja. Die Ocelots sind weg. Egal, die, die kommen wieder. Warum fall' ich eigentlich jede Klippe herunter? Die ganze Zeit? Weil du fail bist? Und das sag' ich? Das sagt jeder? Oh, dankeschön. Äh, warte mal, ich bräuchte mal Fackeln. Dann hol' die Ocelots. Meine Hacke ist zerfallen. Nein. Brauch' ich ne neue Hacke. Äh. Meine ist auch bald futsch. Ups, jetzt hab' ich die Berghahnung aufgehoben. Wieso tust du das? Der Berg war doch noch so jung. Ich glaub' es dauert ein bisschen, bis wir das haben, kann das sein? Bis wir was haben? Dings. Ich würd' sagen, die bauen wie so Klaasblöcke rein, so als Fenster. Aber auf jeden Fall wird es richtig geil aussehen, denk' ich mal. Und wir haben aus Güldenberg. Ja, ich denk' schon, dass es geil aussehen wird, denk' man. So, dass eh keiner weiß, dass das dann unsere Basis ist, weil es ist ein Berg. Wir könnten eigentlich total die Super-Evil-Genius-Typen sein, so. Es ist so richtig... Wir reißen die Weltherrschaft an uns und so. Euch ist schon klar, wenn die Typen unsere Let's Plays gucken, dass die wissen, wo wir sind. Niemals. Okay, ich wollt' nur noch mal eine Frage. Haben wir noch Eisen da? Oh, nutzvoll. Wow! 2 FPS gerade eben. Du hattest einen neuen Rekord, Bitch. Äh, ja. Wieso baut ihr eigentlich hier so ne Zwei-Etagen-Gesellschaft auf? Zwei-Etagen-Gesellschaft ist cool. Boah, Link, was macht ihr hier? Wieso baut ihr mir meinen Boden oder den Füßen weg? Ey, weil wir gesagt haben, wir sind auf der Höhe von dem hier. Oder nicht? Wir lassen dir ja deinen Boden. Wo ist unter deinem Boden? Wir lassen seinen Boden? Wir könnten hier, was wir machen... Also, ähm, hier, Manu, da könnten wir eigentlich noch mal eins weiter unten drunter geben. Au, ja, genau. Weißt du, dann haben wir ein Kellergeschoss. Genau! Das, was, das, was gerade hier, äh, Korga macht, das bleibt auch. Boah, Gott. Haben wir Meisterpläne? Ja. Nein, nein, hör auf, alles wegzuschlagen! Du Ungläubiger! Steinigt ihn! Nein! Jehova, Jehova! Steinigt ihn! Steinigt ihn! Steinigt ihn! Steinigt ihn! Er spammt mein Inventar voll, das ist nicht schön. Also, auf jeden Fall ist eine Sache schon mal da. Und zwar haben wir keine, äh, Steinprobleme mehr nach dem. Ja, und Dreck auch nicht. Ja, ne, eigentlich wollte ich gar keinen Dreck abbauen. Ich hab gedacht, ab der Dreckschicht hören wir auf. Nur, dass die auch so zwischendrin kommt. Ja, ja. Ja, die zwischendrin? Nein, die, nein, die lassen wir auch, die lassen wir auch. Ganz einfach. Lassen wir auch? Ja, die lassen wir auch. So. Wollt ihr die Decke nicht nochmal interessieren? Weiter dürfen wir nicht, weil nämlich hier, das ist ja schon dann wieder draußen. Hm. Boah, das wird ganz lustig werden, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Totenstille. Ja, Totenstille. Wer hat den Fackel aufgebaut? Ähm. Ihr extrem hell. Lol. Irgendwie ist es hier extrem hell. Erstmal drückt ich mach. Wir sind Gamer, wir hassen die Helligkeit. Ja. Hier ist irgendwo ne Höhle. Ich hab's gehört. Hm. Vielleicht dieser ganze Raum, den wir gerade ausheben. Oh. Glaubst du langsam? Auf. Auf. Bist du gerade runtergefallen? Niemals, wie kommst du denn da drauf? Wo bist du hin? Warst du nicht eben noch hier? Oh Gott, jetzt ist er da oben. Na ja.